Yo, Peace Freunde, was geht ab? Ich bin Loco und wir sind heute wieder zusammen in Notruf Hamburg auf einem RP Voice-Shit-Server und gucken mal, dass wir die kleinen frechen Kinder hier wieder zu guten RP bringen wie gestern, Leute. Wir schauen direkt rein, ich bin wieder back, Leute, ich bin wieder so back, German, RP, Flash Worlds, Berlin, 35, cool. Leute, wenn ihr neu seid, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die, die natürlich schon seit langem dabei sind, lasst auch einfach mal ein nettes Kommentar da, wie es dir heute geht und ich wünsche dir viel Spaß bei dem Video. Wem gehört denn das Auto da vorne? Ach so, meins, das wurde gerade von Edmund umgefahren. Du darfst hier nicht so parken. Du darfst hier nicht so parken, Mann. Edmund kam plötzlich um Deck und hat das umgefahren. Du darfst hier nicht so parken. Das geht nicht. Nicht erlaubt. Außer dem Bushaltestelle. Das musst du dem Edmund sagen. Was ist denn hier los? Ja, man sieht doch die Tasche. Also, man sieht doch die Waffe in meiner Tasche, oder? Was ist hier passiert? Der Dala-Hu. Hallo, Dala-Hu. Der komische Typ. Der komische Typ, der Dala-Hu. Umgedingst. Umgedingst, einfach. Einfach so ungedingst. Ja, einfach so ungedingst. Ich war dabei. Heftig, heftig ungedingst, Alter. Ja, genau. Also, ich kannte den. Ich habe den schon verfolgt. Oh, das war dieser Ego. Das war dieser Ego. Kennst du? Ach, Ego. Der mit dem Taschen-RP. Das war Ego und Walter White hat den mitgenommen. Oh, Walter White ist auch hier am Start. Ja, das benutzt den Namen. Da hinten. Oh, Leute. Da hinten ist Walter White. Kennt ihr die Serie Breaking Bad? Diese gehen jetzt zum Breaking Bad. Ey, Walter White. Ich habe den außer jetzt was Nichts Schönes genannt. Walti. Ja, wieder da zu Reife. Heisenberg. 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 Wir müssen arbeiten gehen. Das Business ruft. Heisenberg. Verlassen Sie uns nicht. Heisenberg. Niemals. Polizei. Wir müssen hier durch. Wir verfolgen den. Gucken, wo er rauskommt. Uh. Hallo. Oh. Oh, da ist Herr Heisenberg. 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 Wir müssen arbeiten. Heisenberg. Sie können nicht vor ihrer Verantwortung flüchten. Sie haben Familie. Sie können nicht einfach vor ihrer Verantwortung flüchten. Hallo? Ey, was soll denn das? Heisenberg. Heisenberg. Ja. Wir müssen arbeiten. Easy. Los, komm. Wir müssen in unserem Wohnmobil und arbeiten. Nee. Nee. Ich kriege nie wieder einen Fuß in diese Wohnwagen. Nicht? Okay, dann gehen wir schon eine Stufe höher. Wir gehen in das Chicken-Mobil. In das Chicken-Fried. Business. Hallo. Hallo, Lenny. Ach, Lamy. Ich dachte, Lenny. Lenny hätte mir besser gefallen mit blonden Haaren. Hallo, Lamy. Ich glaube, du bist gar nicht Lamy. Kann das sein? Wo ist dann mein Kollege drüber? Er ist bei Feuerwehr rausgesprungen. Ich will hätten. Ich kann gar keinen Schaden machen. Ja. Spielt ihr das erste Mal in Notruf Hamburg? Ja. Geil. Wo kann man sehen, wie viele Stunden man in dem Game hat? Warte mal hin. Stopp, 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 stopp. Lamy, Lamy, Lamy. Sofort aufsteigen jetzt. Ich will Anzeige erstatten. Oh. Jetzt wird es interessant. Ebi, drei Mal in der Kruise. Weißt du was, Lamy? Geht nach? Ei. Ei, 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 ei. Lamy wird's. Ei, 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 ei. Oh, SCK-Unterstützung. Oh. Ey, Max hat einen 1,30er gemacht. Sorry, ich habe aus Versehen euren Kollegen abgeknallt. Oha. Miese Schießerei. Ey, Heisenberg, das ist schiefgelaufen. Heisenberg, das ist schiefgelaufen. Warum heißt der nicht, äh, warum heißt der nicht, äh. Hallo, Notarzt. Du nimmst den, oh nee, okay. Erstmal müssen sie die Straße absperren, hallo? Hier könnte jeden Moment ein Auto reinrasen. Sehen sie das da hinten nicht? Hilfe. Hallo, stopp, Straße ist gesperrt. Hallo. Was ist denn hier los? Ein Auto steht da hinten. Ich habe Angst, sagt er. Oh, Lamy zückt Waffe. Ich schütze sie, weil ich, weil ich bin nicht cool. Woher hast du die Waffe? Also, keine Waffe. Ich schütze dich. Ja, woher hast du die Waffe? Aus dem Popo gezogen. Wider, Walter White, cooler Skin. Alle. Ja, die haben wir heute richtiger Famer, wegen Walter White gewonnen. Ey, wisst ihr nicht, Lamy, soll ich dich nochmal abstecken? Wir müssen weg, wir müssen arbeiten. Oh, 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 oh. Ey, 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 ey. Gefährliche Situation. Ich bin Reportager, äh, Reporter. Ich filme das Ganze. Doch, ich habe noch energy. Oh, jetzt kommt noch ein SEK-Lader zu. Oh, 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 oh. Er schießt. Oh, getasert. Ei, Heisenberg. Alter, pass auf. Der schießt jemand. Alter, hol deinen Quatsch. Du ziehst auf den Falschen. Ich bin, ich habe nicht mal gecrimed. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ein bisschen distracted worden, weil ich dachte, dass ich irgendwas fassen möchte. Ich bin, 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 ich bin. Ey, mein Otto ist weg, Gott. Oh, was ist hier passiert? Mein lieber... MADO! 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 Ich sperre die Straßenführer. Weg, Bugotte-Fahrer und Mercedes-Fahrer weg. Bugotte-Fahrer weg. Okay, gehe ich in den anderen Server. Ciao, ciao. Leute, Lost Place ist hier. Game Freak. Haben wir die hier auch angeschlossen. Wir gehen aber direkt ins Handy. Highlife-RP. RP-Qualität. 13+. Für Jobs wie Polizei brauchst du eine Ausbildung. Leute. Wir nehmen die Server-Hops. Genauso wie denen eben. Werden mir sagen, ich darf da nicht parken. Oh, ist ja voll. God damn. Server gelandet, Leute. Ist doch noch ein anderer geworden. Die davor. Das war gemein. Das macht man nicht. Es geht. Ich höre Leute reden. Wo sind die denn? Ich höre sie auch. Ich sehe sie doch nicht. Da oben auf dem Dach. Hallo. Ich will da hoch. Wir müssen da hoch. Nein, Leute. Gleich am Zielort, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Ein Stückchen noch. Geht der auch langsam die Treppe hoch, wenn man nicht sprintet. Ist das ätzend. Aha. Was ist da hinten los? Wunderschön. Eventuell. Wenn ich hierbleiben darf, dann durch. Das ist doch der Content. Das ist doch genau deswegen, weswegen ich hier bin. Das ist doch der Content. Der Blackstar. Der macht gerade Black auf dem Toilette, Digga. Das muss ich leider den Dittler machen bei Ihnen. Ah, nee. Er bewegt sich erst. Oh, nein. Ah, okay. Dann wurde er jetzt gedittlert. Das ist ja schön wie das. Was sind das für Nachrichten? Hilfe, Acham, von Neustadt und Stellen Sie. Die regelt sonst wie der Videtz ihr nicht erlaubt. Erlaubte. Was sind die Namen? Wer ist die Schübs? Ich will Anzeige in der Stadt. Schübs lecker. Du bist Schübs. Stumm. Von Neustadt und Stellen Sie. Nein. Oh, ich gebannt. Okay, Leute, da hat man Giga-Lack gewesen. Sind alle in der Zeit runtergejumpt? Nicht mehr sprinten? Ja, die machen im FFP. Bei mir in Ende hier. Ah, jetzt. Bei mir auch. Die kam zu 5 reingestammt, obwohl ich auf die Geise gezählt habe. War halt ehrlich, Angst aufzuhören. Aber der Gätschent ist mein Klebeband abgefallen. Hallo, die Herren. Digga, dein Klebeband ist geblieben alle 5 Sekunden. Oh, die Herren. Okay, ich gehe wieder weg dann. Ja. Oh, die Herren. Ich gehe wieder weg. Ich gehe wieder weg. Ich gehe wieder weg. Ich gehe wieder weg. Ach so. Ach, schick da. Ist ja langweilig. Ist ja gar nichts passiert am Ende. Gut. Wir fahren weiter. Guten Tag. Äh, was machst du denn hier? Machen Sie denn hier? Ja, ja, ich, ja. Weiß ich nicht. Wollen Sie, was, was, was hier planen hier? Was haben Sie vor? Könntest du bitte mal eine Freundschaftsanfrage annehmen? Das geht leider nicht. Das ist die Frage, die ich am häufigsten gestellt habe, gekriegt habe und noch nie mit Ja beantworten konnte. Und warum? Discord folgen. Ja, weil, wenn ich euch jetzt als Freund habe, okay, mit dem P-Server, das ist mittlerweile nicht mehr so schlimm. So, Bratinas, ich kann leider keine Freundschaftsanfragen annehmen. Und you know when I know. Hallo? Wie ist denn hier? Ja, das sind Sniper-Schüsse. Leute. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wird's eskelatet kriegen. Wunderbar. Wunderbar. Geil. Nichts passiert leider. Gut. Ist hier jemand, ist hier jemand Edel? Aha. So, Jungs, lass mal abziehen. Ist ja wohl doch nicht so der Best-Player. Ey, alle weg von Fünf-Fatien. Ich bin einfach eingeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das gemerkt habe, Leute. Geil. Ich habe ein Problem. Okay, im Fosch ist da noch einer. Herr Polizist, wir haben Frieden. Hallo Herr Officer, wir haben Frieden. Frieden, Frieden, was machen wir am Frieden nicht? Boah. Wir haben Frieden. Was ist denn los? Ihr wollt kein Frieden? Ey, ich soll die Autos wissen. Okay, alle Autos. Alle in die Autos. Alle in die Autos. In die Autos. Hä, was ist das? Ey, was ist das? Alle in die Autos. Rote Gang. Rote Gang. Polizia, 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 Leute. Wir haben... Wir haben... Seid ihr die rote Gang? Alle in die Hände. Ja, alle in die Hände. Wir sind die Gang Gang. Gang Gang. Aussteigen und die Hände... Was denkt der? Es ist geleitet, quickly. Deine Jungs sind noch da hinten. Echt? Ja, sie sind zurückgefahren eben. Porsche und... Dings, da vorne steht noch einer. Porsche und der Audi. Was? Ich hab das nicht gehört? Egal, egal. Okay, wir machen erstmal die Szene. Ah, warte, warte. Eine Notaus. Okay, okay. Alles klar. Eine funny Flucht. Fand ich jetzt irgendwie witzig am Ende. Leute, checkt unbedingt die Beschreibung aus. Da findet ihr meinen Discord-Kanal. Wenn ihr solche Videos öfter sehen wollt, mit einfach mal wirklich Brain-Rot-Content von Notruf Hamburg Voice-Hits-Servern, wie ich hier hab mich in Gangstern-Mogel, in Mod-Gespräche, Admin-Gespräche, Leute. Wie auch immer. Seid unbedingt dabei, indem ihr ein Abo dalasst. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß, wenn ihr noch zwei Videos von mir sehen wollt. Hier habt ihr welche. Ciao, ciao!